Katalog Nummer 10, Fantastic Color. Ein Fuchshengstfohlen, geboren im April. Abstammend von 4Romans 1, Fürst Heinrich Brentano. Als absolute Eyecatcher präsentiert sich dieser Ausnahmedressur-Nachwuchs im Lot der ersten österreichischen Online-Auktion. Richtigkeitsvererber 4Romans 1, selbst unter Therese Nilshagen bis zum Grand Prix erfolgreich, schickt uns diesen naturgegebenen, ausbalancierten Jüngling ins Dressurlot. Die Mutter, Staatsprämienstute Verona, war Siegerin der Stutkörung und ihrer Stutleistungsprüfung. Aus dem direkten Mutterstamm entspringt außerdem die Venezia, welche auf Grand Prix-Niveau in den USA erfolgreich ist. Katalog Nummer 10, Fantastic Color. Dynamischer Eyecatcher fürs große Viereck.